Action. Juhu. Hi. Wie lange waren wir schon nicht mehr hier? Mai, oder? Seit Mai und heute ist der August. Genau. So lange haben wir nicht mehr gedreht und gefilmt. Jetzt wolltest du zeigen, was du trinkst. Ich trinke Wein, Adornfelder Rosé. Das ist schon wieder so leer. Ja. Ja, langsam. Ich wollte auch was. 750 Milliliter. Und da steht drauf, ihr müsst das trinken, wenn ihr schwanger seid. Zeig das mal. Was ganz interessanter daran ist, dass es... Sonders gesund bei den Schwangerschaften. Da? Hier? Hier. Und auf Schaustellen. Stellt nicht auf Schaustellen. Hast du, glaube ich, gemacht. Auf Schaustellen. Also auf jeden Fall hier. Da funktionieren die anderen Kameras auch besser. Es ist Himbeerfarben, der Wein mit Erdbeer-Aroma. Genau. Das esse ich heute. Das ist so geil, dass das Mezzo Mix zusammengerührt. Das hier ist ja... Was ist denn das von Bamsch? Was haben wir denn heute zusammengerührt? Das ist ein Nudel. Zeigbaren. Penne, Ravioli und Chili-Pon. Drei verschiedene Dinge. Einen zusammengerührt. Das ist ja einfach kein Nessi-Auflauf. Ne, auflauflich. Äh, Eintopf. Quasi alles, was da unten steht. Das haben wir gerührt. Da sind die Bohnen nicht. Ja, die stehen da oben, aber... Wenn es zoomen ist, ah... Ja, irgendwie hat der 41 eine bessere Qualität. Der moderne, was kann ein Topf aller Nessi-Topf sein? Ja. Was machen wir da so schön? Wir essen heute was Schönes. Und wir gucken was. Und zwar einen guten Einwürgen. Und ihr kriegt 10.000 Euro, wenn ihr ratet, auf welcher Plattform ich diesen Film legal gucke. Kleiner Tipp. Das ist nicht YouTube. Es ist eine andere offizielle Videoplattform. Ähm, wie heißt denn der Film, der da in Schwarz-Weiß läuft von 1951? Der Tag, in dem die Erde stillstand. Jetzt! Jeder gucken. Ich kann ja auch verlinken. Juhu. Äh, ja. Aber vermplatief. Äh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020